Lasko Umformtechnik präsentiert Aktuelles von der Hochschule Coburg. Ja, das ist eine mechanische ältere Uhr, also Kuckucksuhr wäre zu viel gesagt. Das ist eine ganz filigrane Sache, wo man schnell was kaputt macht. Gerade hier, das ist ja so ein Bimetall, Pendelmetall, also hauchdünn. Ich will jetzt gucken, wo eventuell ein Zahndraht ausgehängt ist, weil sie ja von alleine nicht läuft. Oder wo Staub drin ist. Weil Staubartikel in der Mechanik, das ist fatal manchmal. Oder es läuft irgendwo in der Achse trocken, weil normalerweise ist da ein ganz minimaler Tropfen Öl drin. Und da in das Öl, da setze ich gerne der Staub ab. Bei Hobbybastler Jochen Wenzel bekommen kaputte Sachen eine zweite Chance. Einmal im Monat repariert er, was die Besucher des Repair Cafés so mitbringen. Uhren, Radios oder auch mal ein gebrochenes Stuhlbein. Vor allem ältere Coburger nutzen das Angebot gerne. Reparieren ist besser als wegwerfen, das findet auch Klaus Schulz. Sein kaputtes Navi will er wieder zum Laufen bringen. Aber wenn man dann zum Reparieren in das Fachgeschäft geht, kriegt man zu hören, dann kaufen Sie gleich ein neues, wir haben da ein Angebot, legen Sie 120 Euro auf den Tisch und können Sie sofort mitnehmen. Und das ist also nicht mein Ding. Im Gegenteil, wenn es eine Kleinigkeit ist zum Reparieren, wird es nochmal mobil gemacht. Informatikprofessor Michael Engel hat den Fehler schnell gefunden. Und wir haben jetzt hier, das ist diese Kabelverbindung, die haben wir jetzt mal neu reingesteckt. Und erstmal sieht es gut aus, aber wir wagen jetzt erstmal ab und schauen einfach mal, ob das Ganze auch gut bleibt oder ob es nur für ein paar Minuten so ist. Aber es wäre halt zu schade, sowas wegzuwerfen, weil so ein Navigationsgerät kostet immer noch 100 bis 200 Euro. Wenn man es wieder ins Laufen kriegt, ja, wenn es nur ein Jahr weiterläuft, hat man der Umwelt schon was Gutes getan. In Coburg gibt es das Repair Café seit drei Jahren. Seit kurzem treffen sich die Bastler und Gründer Frank Eisenwiener in der Werkstatt der Hochschule am ehemaligen Schlachthof. Die ist gut zu erreichen und hat auch noch andere Vorteile. Dass wir Geräte hier vor Ort nutzen können, wie zum Beispiel den 3D-Drucker, wie zum Beispiel die Elektronikwerkstatt und auch manche Problemfälle, die wir bisher nur verzögert hätten lösen können, eben hier wesentlich schneller umsetzen können. Das Repair Café ist kostenlos. Wer etwas zum Reparieren bringt, muss aber auch selbst mal Hand anlegen. Geöffnet ist das Café jeden zweiten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Lasko Umformtechnik präsentiert Aktuelles von der Hochschule Coburg.